Was ist mein Lebensart? Was ist mein Lebensart? Regiert mein Ego, schafft Gott Bewegung, sagt er mir, wo es lang geht. Ich öffne meine Wohnung, mein Zimmer und mein Herz für Gottes Geist, der mich befreit. Ich öffne meine Wohnung, mein Zimmer und mein Herz für Gottes Geist, der mich befreit. Zu ganz enthiertem Leben. Ist Gottes Lebensmitte? Ist er mein Himmel? Regiert die Stimmung? Ich öffne meine Wohnung, mein Zimmer und mein Herz für Gottes Geist, der mich befreit. Ich öffne meine Wohnung, mein Zimmer und mein Herz für Gottes Geist, der mich befreit. Ich öffne meine Wohnung, mein Zimmer und mein Herz für Gottes Geist für Gottes Geist, der mich befreit. Zu Gott sind geht zum Leben. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!